Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Banana Beauty Bestellung. Ich habe nur aufgemacht. Ich wühre jetzt hier mit euch rum. Ich nehme das raus. Ich sehe noch nichts. Ihr seht noch nichts. Wie auch immer. So. Und hier haben wir einmal eine gelbe Schupp. Und es ist. Der soll nach Zitrone riechen. Und das tut er. Ich habe kurz dran gerochen. Einfach Zitrone in. Banana Beauty. Dann ist hier so lila. Tatsächlich ist das lila. So nach. Blaubeere. Himbeere. Riechen wir mal. Zeige ich mal. Die Farbe ist schon richtig geil. Ja. So. Dann haben wir hier so einen. Orangenen. Das denke ich mal Orange. Achso. Ja. Das ist Orange. Richtig schöne Verpackung. Machen wir. Komm ja eh weg. Bringe ich später runter. Wenn ich das nicht vergesse. Der sieht so aus. So rötlich. Orange. So. Denn ein roten. Machen wir mal. Kirsche. Der ist rot. Der andere ist mehr orange. Das ist so eine. Ähm. Ganze Reihe. Denn ist hier noch ein grüner. So grünlich. Was ist das? Milone? Nee. Oder? Doch. Ja. Die Fahnen. Nurangen. Zeige ich euch noch. Und dann ist hier noch ein. Braunen. So wie das aussieht. Kaukau. Scheer Butter. Kaukau. Die bringe ich später runter. Die Kapfe. Die packe ich mal runter. So. Achso. Das könnt ihr gar nicht lesen. Kriegt ihr auch einzeln bestellt. Kann ich euch die alle zusammen zeigen. Vielleicht wird das besser. Die Norm. Und die waren dann jetzt alle sechs. In meiner. Kiste. Ich habe ja diese Box gehabt. Von Banana Beauty. Und hier sind meine ganzen Banana Beauty. Die Produkte. Hier wandeln die jetzt mit rein. Und die reichen mir jetzt auch erstmal von Banana Beauty. Die Lippenprodukte. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Püppi. Tschüssi. 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 Tschüssi.